Ich zeige euch heute, wie man den 1x3x3 Würfel sehr, sehr einfach lösen kann. Der ist wirklich sehr einfach. Man muss nur wissen, wie es funktioniert und wie sich dieser Würfel drehen lässt überhaupt. Bei dem Würfel kommt man komplett ohne Algorithmen aus und ich zeige euch mal kurz, wie man den drehen kann. Denn der lässt sich eben shapeshiften, dass er eben nicht mehr aussieht wie eine flache Ebene. Und man sieht, man kann also entweder alle drei hier drehen, man kann zwei Stück drehen und man kann auch hier so eine einzelne Kante umdrehen, so dass dann zum Beispiel sowas rauskommen könnte, dass eben hier nur mehr ein schwärzer Stick ist. Aber dazu kommen wir später, ich werde den jetzt erstmal mischen. Der erste Schritt wäre eben, dass wir wieder die Würfelform in Anführungszeichen wiederherstellen. Und das funktioniert wirklich sehr intuitiv, also da gibt es nicht wirklich eine Anleitung. Versucht einfach so viel wie möglich flach zu legen und dann kommt ihr eigentlich immer wieder zu diesem Schritt hier, dass eben alles flach ist, bis auf eine so eine kleine Ecke. Und da zeige ich euch jetzt dann, wie das funktioniert. Es könnte eben sein, dass eben das hier auftritt, dass ihr eben hier hinten so ein T habt. Und wenn ihr das habt, dann müsst ihr dieses T einfach nur in die Richtung kippen, wo eben dieses Loch ist. Bei mir ist dieses Loch jetzt bei der linken Seite, also kippe ich mein T eben hier rüber zur linken Seite. Und dann habe ich nämlich die Möglichkeit, diese beiden hier so nach hinten zu kippen und schon haben wir die Würfelform wiederhergestellt. Der Fall konnte hier auch auftreten. Ich habe jetzt hier eben nur mehr ein halbes T, funktioniert aber auch sehr ähnlich. In dem Fall kippt ihr die Seite, wo gerade drei Steine liegen, das wäre bei mir hier, einfach mal vertikal. Und dann könnt ihr nämlich hier diesen Zweierturm umkippen. Und dann habt ihr auch wieder die Möglichkeit, hier die Würfelform wiederherzustellen. Der Fall hier könnte auch etwas verwirrend sein. Hier haben wir nämlich ein Plus. Das geht aber auch sehr einfach. Ihr müsst einfach nur die zwei Zweiertürme hier seitlich einmal nach hinten kippen. Und dann habt ihr auch wieder die Würfelform wiederhergestellt. Also man merkt, das Ganze funktioniert sehr intuitiv. Ich habe euch jetzt ein paar Tipps mitgegeben und dann solltet ihr das auf jeden Fall hinkriegen. Wenn ihr die Würfelform wiederhergestellt habt, dann ist der nächste Schritt Scheinwerfer. Wir müssen jetzt hier Scheinwerfer bilden, sprich wir müssen einfach hier diese Ecken alle anordnen, sodass hier zwei Farben immer schön nebeneinander sind. Es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass das bereits der Fall ist. Und es ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass möglicherweise schon eine ganze Seite vollständig gelöst ist. Das ist aber erstmal egal. Wir wollen jetzt eigentlich nur erstmal Scheinwerfer bekommen. So könnte das jetzt bei euch ungefähr aussehen. Und ihr sucht euch jetzt einfach mal irgendeinen Stein aus, den ihr eben festhalten wollt. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Eckstein hier. Es muss auf jeden Fall ein Eckstein sein. Bei mir hat der die Farbe grün und orange. Und neben diesem Stein, also hier, muss dann natürlich ebenfalls ein grüner Sticker hin. Und ich halte mir also diesen Stein mal fest und gucke, wo denn der Stein ist, der ebenfalls einen grünen Sticker hat. Der liegt bei mir hier unten. Das heißt, ich muss den hier nach oben befördern. Das geht ganz einfach. Wir drehen den erstmal hier rüber. Und dann müssen wir den nur hochdrehen. Und dann sehen wir schon, haben wir hier Scheinwerfer gebildet. Und wenn jetzt hier seitlich noch keine Scheinwerfer sind, dann müsst ihr einfach nur hier diese Seite drehen. Und dann haben wir hier seitlich auch Scheinwerfer. Hier haben wir auch Scheinwerfer. Oder wenn man Glück hat, eben auch schon die ganze Seite. Und hier haben wir auch Scheinwerfer. Also die Ecken sind jetzt alle vollständig gelöst. Der nächste Schritt wären die Kantensteine. Dass wir also auch noch diese Mitten hier lösen. Und die sind wirklich erschreckend einfach. Hier habe ich es schon gelöst. Also muss gegenüber auch schon was gelöst sein. Genau. Also muss ich nur mehr diese Kante hier lösen. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr einfach. Man muss einfach nur die mittlere Ebene hier einmal um 180 Grad drehen. Und schon haben wir alle Seiten vollständig gelöst. Es könnte natürlich auch sein, dass bei euch alle Kantensteine noch nicht gelöst sind. Aber in dem Fall müsst ihr auch einfach nur die mittlere Ebene um 180 Grad drehen. Einmal eben für hier und hier hinten. Und dann noch eben hier. Also einfach wieder nur um 180 Grad drehen. Und so einfach ist das. Und wir haben alle Seiten hier vollständig. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt nur mehr diese vier Kantensteine hier drehen. Und da gibt es so einen kleinen Trick, wie man die einfach, also wirklich wortwörtlich drehen kann. Ihr müsst jetzt einfach mal hier so ein H bilden. Genau. Und jetzt kann ich nämlich diesen Kantenstein einfach nur umdrehen. Bei der anderen Seite muss ich das auch noch machen, weil das stimmt ja auch noch nicht. Genau. Und dann mache ich das nochmal rückgängig. Da müsst ihr aber jetzt aufpassen, dass ihr auch in die richtige Richtung rückgängig macht. Denn ich habe es jetzt hier eben falsch gemacht. Hier stimmt das nicht. Also nochmal rückgängig. Ich muss nämlich die beiden hier in diese Richtung drehen. So, dass dann auch hier wirklich alles wieder stimmt. Und dann muss ich noch die letzten beiden Kantensteine drehen. Und dafür mache ich bei dieser Seite eben ein H. Ich stelle das quasi so auf. Und dann kann ich nämlich den hier drehen. Und den anderen auch noch drehen. Und dann wieder in die richtige Richtung rückgängig machen dieses H. Und schon ist der komplette Würfel gelöst. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr mir die natürlich in die Kommentare schreiben. Und ich versuche euch so schnell wie möglich zu antworten. Bei meinem Partnershop Magic Cube Center bekommt ihr jetzt statt 5% immer 10% Rabatt. Dazu müsst ihr einfach nur im Warenkorb dann meinen Rabattcode Petscraft eingeben. Ihr könnt jetzt noch weitere Tutorials angucken. Lasst noch eine Bewertung da. Und dann sage ich ciao. Und bis zum nächsten Mal.